Was passiert, wenn wir jetzt die Impulsgranate mit dem Einkaufswagen kombinieren? Dicke, Alter, was machen wir hier schon wieder? Okay, komm her. Okay, du wirfst die S drauf und dann fahr ich rein. Okay, 3, 2, 1 und liegt. Heute Abend Livestream! Kommt unbedingt vorbei! Ciao, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute der liebe Schmöckerle. Hallo! Na, du geile Sau, alles gut bei dir? Ja, es geht bei dir. Ja, alles supi bei dir. Ja, ich hab gehört, wir suchen uns jetzt das Jumphead. Also, schmock jetzt, warte mal ganz kurz. Leute, just im Moment ist ein OG-Item zurückgekehrt, meine Freunde. Und zwar dieses seltsame und trotzdem extrem lustige, diese Gravitationsfalle, meine Freunde. Sie war in der ersten Season, glaube ich, mal da. Ich hab sie selber persönlich noch nie gespielt, hab mir aber schon dazu Videos angeguckt. Ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal, mit dieser wunderschönen Falle ein bisschen was zu spielen. Vielleicht kriegen wir sogar damit einen Kill hin. Wir gucken einfach mal. Ich hab sie, wie gesagt, selber noch nie erlebt in Action. Habe aber davon eine Menge Videos gesehen aus der ersten Season, meine Freunde. Ich finde es auf jeden Fall extrem cool, dass sie auch wieder alte Items, die sich die Community wünscht, immer wieder zurückbringen. Und wir beide werden jetzt mal gucken, was wir quasi als Fortnite-Neulinge, ja, zu diesen wunderschönen Items sagen. Wir sind mal gespannt, wie uns das gefällt. Und vor allen Dingen, ob wir überhaupt so ein Ding finden oder ob wir natürlich jetzt wieder Jahre dafür brauchen, Leute. Wir springen direkt mal nach Schmibiltit, Leute. Und dann, meine Freunde, sehen wir uns natürlich gleich auch wieder im Livestream, wo der Schmöckerle auch dabei ist. Am 18 Uhr geht es wieder los, meine Freunde. Wir werden versuchen, ein paar Pfeilen-Kills zu machen, ein bisschen mit dem Ding wieder rumzuexperimentieren. Wer weiß, was zum Beispiel so ein Einkaufswagen auf so einem Ding macht. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, Leute. Aber da geht natürlich jetzt mit neuen Items, wie zum Beispiel die Impulsgranate, wieder einiges. Who knows, was da abgeht, Leute. Wer weiß, was Epic Games da wieder für uns bereithält. Aber jetzt, meine Freunde, schauen wir uns das Ding erstmal in der ganzen Glorie und Glänze an. So, Schmocki, ich droppe beim Haus, beim Park, ja. Oh nein, ich bin jetzt schnell wahrscheinlich. Kriegst du es hin? Ah! Oh Gott, Schmocki, Alter. Okay, ich weiß auch nicht, warum du jetzt nicht wieder bei Mimi gelandet bist. Ich habe hier einen Chak-Chak, eine Menge geile Sachen. Mir geht es gut. Nein, 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 ah! Kibi! Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Oh Gott, oh Gott, von oben. Hab ihn. Nimm das Mad-Kit, nimm das Mad-Kit und lauf. Ja, ja. Ich muss den Chak-Chak, jetzt laufe ich selber trinken. Ja, nimm, 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 nimm. Oh Gott, oben auf der Terrasse steht so ein ganz böser Typ, Alter. Der ist unten. Bei mir, bei mir! Bei mir im Haus, Digga. Ich brauche Hilfe. Komme. Oh mein Gott. Digga, danke, dass du existierst. Danke, dass du existierst. Ohne Witz, Alter. Ich stepp's. Ich bin so verreckt. Nein. Hab einen. Hab den Arm. Oh. Schmocki, Alter. Wuhu. Let's fucking go. So, Schmocki. Ähm. Ruhe? Ja, über uns. Ne, es geht weiter. Über uns. Es geht weiter, Alter. Es hört nicht auf. Unter uns einer. Wo denn? Hier, äh, Krieger. Es ist übergelasert. Aber hinter uns, hinter uns. Ja, ich komm, ich komm. Hinter mir. Oh mein Gott. Ja, es ist ein... Leicht confusing gerade. Der Mad vor mir. Oh, Digga. Oh, Digga. Was? Oh, da ist die Falle schon. Wuhu. Let's go. Drei Stück davon direkt, Digga. Digga, und ich hab Impulsgranaten. Nice, Mann, Digga. Fünf von vier Kills. Einmal mal tiltend auseinandergenommen. Also, ich meine, jetzt nicht komplett. Aber es war auf jeden Fall schon mal... Ich meine, Leute, first round heute. Ja, da kann man auf jeden Fall schon mal... Ich hab acht Impulskanaten. Ja, moin, Digga. Da liegen noch mehr, ne? Hier. Hier liegen noch mehr. Achso. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir damit irgendwo Play hinbekommen mit der neuen Falle. Hier, unter uns, unter uns, unter uns. Oh mein Gott. Oh. Digga, was machen wir hier gerade, Alter? Wuhu. Auf geht's, Bruder. Auf geht's, Mann. Sehr schöne Runde, Mann. Digga, die Runde ist richtig sexy. Äh, so, ich hab die blaue Pumpe. Jetpack haben wir auch zum Experimentieren. Ja, würde ich jetzt direkt mal reinballern, Bruder. Und zwar hab ich folgendes vor. Schau mal, warte, ich nehm jetzt erstmal hier die blaue Pumpe. So. Dann zieh ich mir nämlich jetzt mal das Jetpack ganz kurz am Rücken. Ja, mach mal. Und setz einfach mal ne Falle. Ja, lass mal ausprobieren, so wie es funktioniert. So, ganz OG, Digga, wir machen jetzt mal folgendes. Setz jetzt die Falle mal hier hin. So, das hier ist sie. Guck mal, so sieht's hier aus. Okay. Und jetzt würde ich sagen... Wow, okay. Das ist wie so ein Gravity Crystal. Ach, lol, das ist... Hä? Das ist so ne Art Trampolin, ne? Ja. Also, wenn man hier schnell genug landet, kriegt man Fall-Damage, ja? Okay, soll ich mal ausprobieren? Du hast ein Medi-Kit, ne? Ich hab noch eins, ja. Bruder, du kriegst auf jeden Fall Fallschaden. Du kriegst auf jeden Fall Fallschaden. Ne, kriegt man nicht. Was? Ne, kriegt man nicht. Hä? Gar nicht, ja. Hä? Der Effekt war schon vorbei. Der Effekt war schon vorbei. Probier aus, probier aus. Okay, das ist weird. Sicher? Ja, ja. Ich hab nämlich grad Fallschaden bekommen. Okay. Also, bei mir grad nicht. Vielleicht ist es wieder verpackt. Leute, ich auch nicht. Hä? Okay. Hä? Okay, Digga, ich probier was, okay? Bist du bereit? Okay. Impulsgranate? Ich hab dann Impulsgranate drauf und spring dann drauf. Okay, mach mal. Ja! Was? Was? Ja, wegen der Impulsgranate natürlich. Okay, okay, okay. Digga, okay. Impulsgranate, Jetpack und dieses Ding, Leute. Damit wird es direkt ein Play gemacht, Alter. Okay, Leute, wir versuchen das jetzt einfach mal ganz kurz. Du bist draufgesprungen, dann hast du sie, als du drauf warst. Ich hab sie erst geworfen und dann bin ich gesprungen. Okay, aber damit lässt sich auf jeden Fall einiges machen, Leute. Fünfe Pulsgranate, ich würde sagen, wir versuchen das eigentlich mal beim Gegner aus. Ah, wir haben hier direkt einen Einkaufswagen. Mal schauen, ob man da... Oh, echt jetzt? ...zurende Stecknpfeisen, ja. Willst du es machen? Ja, ich glaub irgendwie, dass es nicht funktioniert, aber... Ja, komm, sollen wir direkt da hochfahren? Ja, ja, genau. Wir nehmen wieder das, bevor wir jetzt ein neues noch holen. Okay, warte, ich baue uns hoch, ich baue uns hoch hier vorne. Und... Go. Komm mit. Es geht! Okay, ich springe ab. Kein Fallschaden! Nee, nee, ich hab... What? Hä? Da liegen noch mehr Impulsgranaten. Okay. Noch mal eine, okay. Was passiert, wenn wir jetzt die Impulsgranate mit dem Einkaufswagen kombinieren? Dicke, Alter, was machen wir hier schon wieder? Okay, komm her. Komm her, komm her. Ich kann, ich kann, ich kann. Warte. Ja, komm, das ist das. Junge, 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 Junge. Okay, du wirfst die S drauf und dann fahr ich rein. Okay, drei, zwei, eins und liegt. Was? Oh! Okay, soll ich rausspringen? Oh! Ja! Was, Alter? Geist krank. Okay, wir haben Gegner, wir haben Gegner in Richtung S. Leute, damit kann man auf jeden Fall einiges machen. Ey, stell dir mal vor, auf einmal kommen zwei Gegner angeflogen von oben mit einem Shopping-Card in eure Base. Und kriegen keinen Fallschaden. Und kriegen keinen Fallschaden. Gegner vor uns. Versuch her zu bauen. Ich flasche hin. Neben dir. Close. Komm, der will Edit killen, der will Edit killen. Okay, nice. Okay. Sehr gut. Kann man mal so machen. Okay. Schau mal, da geht es richtig ab. Boah, und da kommen jetzt ganz viele neue Teams dazu. Siehst du das? Okay, soll ich mal mit der Falle versuchen, Digga? Ich werde hier... Ich versuch's jetzt einfach mal. Mach mal, mach mal, ich hab einen. Krieg ich echt keinen Fallschaden dadurch? Nee, tatsächlich gar nicht. Hab einen noch down, einer ist noch bei dir. Versuch die Falle einzusetzen. Oh nein, er hat mich, er hat mich, er wird mich finishen. Bei dich, bei dich, bei dich, bei dich. Er wird mich finishen, er wird mich finishen. Er wird mich sowas von finishen. Oh mein Gott, neeein. Egal, du hast ihn, 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 du hast ihn. Er hat eine Tür gebaut, ist unten jetzt, unten am Boden, ist unten am Boden, ist unten am Boden. Ach, Digga, alter, okay, okay, Schmocki, da sind nochmal die Fallen. Bei mir liegen noch die Impulsgranaten, mach was draus, Digga, mach was draus, alter. Links von dir, links von dir. Und jetzt die Falle, jetzt die Falle, jetzt die Falle. Nein, schade, Digga. Egal, egal, egal. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall schon mal dieses Ding ein bisschen auseinandergenommen. Ganz ehrlich, Kombo mit dem Einkaufswagen und der Impulsgranate. Habt ihr gesehen, wie hoch man geflogen ist, Leute? Ich würde sagen, wir holen uns nur eine Runde. Wir holen uns jetzt den verdienten Wind, Digga. Versuchen immer ein bisschen mit der Falle rumzuexperimentieren, aber sonst läuft das immer extrem, extrem gut, Leute. Macht auf jeden Fall echt eine Menge Bock. Ein bisschen spät rausgesprungen, jetzt versuchen wir das nochmal hier enthildet und gucken mal, ob wir nochmal ein bisschen was mit dieser Falle machen können. Vielleicht kann man damit eine Rennstrecke bauen, die das Kart immer weiter boostet. Hintereinander. Wow, okay, das ist eine geile Idee. Oder? Also ich glaube, wir müssen das Ding jetzt nochmal ziehen, Leute. Schmocki, wo landest du im Main Tower? Der Wahnsinnige, Alter, du bist doch gestört, Junge. Brauchst du Hilfe? Äh, gerade noch nicht. Er hat sich gerade selber getötet mit der Pumpe. Alter, hier laufen so viele Spieler rum. Okay, wir haben beide Full Shield. Sehr, sehr gute Ausgangspositionen hier. Wollen wir raus, Digga? Einer ist direkt gegenüber von mir. Digga, was ist denn das? Ich treffe ihn einfach nicht. Ich mag den Revolver gar nicht, ne? Ich auch nicht. Komm, bau rüber, bau rüber, bau rüber, schnell. Komm, komm, komm. Ja, ich bin da. Ich muss runtergehen, Digga. Ich muss, ich muss, ich muss. Okay, Falle habe ich schon mal. Ah, hier! Er hat eine nütze Falle. Ich habe noch keine Shotgun-Ammo, aber ich mache unbedingt Shotgun-Ammo. Ich meine, jetzt nochmal hier. Aber man könnte da echt so einen kranken Parcours bauen mit dem Einkaufswagen. Beim Elos läuft ein Basketballer. Den holen wir jetzt. Der will abhauen, der will abhauen, das zählt. Aber nicht so. So nicht, mein Freund, so nicht. So nicht. Siehst du in den Armen, Alter? Ja, wir sehen. Ich habe den Logo abtötet. Mach's gut, Bruder. Danke dir. Ich habe vier Fallen, Digga. Über uns, Sniper. Ist gelasert. Benutze die Falle. Ich habe ihn getroffen mit der Falle. Benutze noch eine Falle. Ab ihn. Echt jetzt mit der Falle? Ja, mit der Falle. Wie geil, Alter. Aber jetzt auf einmal, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, gut. Ich habe zu schnell gejudged, ne? Mach ich öfters im Leben. Hier ist ein Einkaufswagen. Wollen wir uns so einen Parcours bauen? Ja, moin, Digga. Nimm du ihn mit? So, dann kommt jetzt hier eine Falle hin. Äh, eine Jumphead. Mhm. Hier, hier. Loll, nein! Was denn jetzt passiert? Egal, egal. Tag und hier die zweite. Okay. Soll ich versuchen? Warte, ich will mitfahren. Okay. Let's pop it! Yo! Oh, yes! Oh! Was? Yo, Digga, MLG! Der Einkaufswagen ist weg. Nein! Yo, Digga! Oh, ging nach oben beim Berg. Einer ist tot fast. Der andere ist hier. Ulo. Willst du den haben? Geschenkt? Oh, ja. Was? Was geschenkt? Was denn? Ja, den, äh, den netten Kill hier. Oh, hier, Gegner, Gegner. Hä? Was? Komm her, ich dropp dir. Ich dropp dir. Oh! In der Laufend, Digga! Skrr, skrr! Ich dropp dir ein bisschen was. Komm her, komm her. Einer ist nocked. Einer ist nocked. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt. Er hat voll steht. Hat nid. Bin gut runtergefallen. Digga, wir müssen hier raus und sterben wir. Feier Ticks jetzt, ne? Zweier Ticks. Ich hab einen nocked. Komm, lass weg. Lass weg. Ich baue Jumphead. Komm mit. Bau. Hab beide down. Ja, schön. Ich musste einfach. Es tut mir leid, ich war so gierig. Ich musste beide töten. Komm her zu mir. Lexi. Jo, ich komm. Ich hab noch zwei Fallen. Wir müssen aber auf jeden Fall weiter, Digga, weil die nächste Zone is coming, Bro. Alter, das mit dem Einkaufswagen war ja so lit, Digga. Ja, das war richtig sexy. Das war so schön, Leute, oder? Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall echt mal eine komplette Strecke mitbauen. Wenn ihr wollt, dass wir das mal machen, Leute, smackt auf jeden Fall, Like-Bartner da oben. Geiles Gerät eigentlich. Doch. Also ich neige immer dazu, solche Sachen immer zuerst zu verteufeln und zu sagen, ah, this shit. Da war ein Sniper-Schuss gerade, den haben wir gehört, ne? Mhm. Ah, hier oben rechts. Am Berg oder wo? Kann gut sein, ja. Da müssen wir eigentlich von hinten mal dran. Da müssen wir uns eigentlich mal gucken. Bau einfach jetzt hoch, bau einfach jetzt hoch, bau einfach jetzt hoch. Jetzt hat er dich schon gehört, oder? Er rafft gar nichts. Er ist direkt unter uns. Ja, moin, der arme Alter. Der hat nichts verstanden. Oh, ja, perfekt, perfekt. Lass das Lagerfeuer direkt benutzen. Der hat gar nichts verstanden vom Leben. Gegner unten, Gegner unten. Ähm, S.O. Ah, ja. Bam! Bön, Junge, Mann. 150. 90er Hit, der ist down. Oh, ich hab ihn getroffen. Pushen, pushen, pushen. Nice, Digga. Oh, was geht heute ab, Alter? Okay, ich probier mit der Falle was zu reißen. Er ist runtergefallen. Er hat richtig Falschaden bekommen. Nice, komm her, komm her zu mir. Okay, zwei Gegner noch. Ey, Gegner haben mich beschossen. In der Zone pusht ihn jetzt eh raus. Nice, also je nachdem wo er ist. Ah, da, Jumphead, 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 Jumphead. Der hat da vorne das Jumphead benutzen. Ist hier in die Richtung N-W geflogen. Also, der kommt da vorne, der kommt da vorne, der kommt da vorne. Was passiert, wenn man zwei Pfeil nebeneinander setzt? Komm her, komm her, er ist hier vorne, er ist hier vorne. So ist das, komm. Oh, sorry. Wo ist denn der andere? Wir müssen aufpassen, dass der andere nicht mit uns noch irgendwo rusht, ne? Ja, ich schau noch. Ja, ich glaub, die gammeln hier unten irgendwo am Berg. Äh, Digga? Ja? Was passiert, wenn man mit einem Jumpcrystal da drauf springt? Oh. Ich hab auch doppelter Boost wahrscheinlich, ne? Wir können so viel da ausprobieren, Leute. Ich hab ihn gesehen. Echt jetzt? Hier in der Scheune, in der Scheune, unter der Scheune. Er gammelt unter der Scheune. Warte. Das musst du dir mal geben. Auf der Scheune. Hab dich, hab dich. Haben wir ihn einmal get it? Kriegst du ihn hin? Okay, nice. Ja. Oh, nice, Digga. Alter. Hat Spaß, ja? Nice, Leute. Diese Falle. Ah, leckerchen auf jeden Fall. Grad noch eine sehr schöne Runde hingelegt, Leute. Die erste Runde auch sehr stark. Highkill-Runden auf jeden Fall. Das heißt Highkill. Mediumkill. Wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, ne? Wir sind zufrieden, Leute. Und wenn ihr mal wollt, dass wir eine riesige Rennstrecke damit bauen, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Bis morgen. Macht's gut. Und wir sehen uns gleich um 18 Uhr beim Livestream, Leute. Schaut auf jeden Fall rein. Schmock ist auch mit dabei. Haut da rein. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.